hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde du ja vielleicht hört man schon ich hoffe ich brille euch jetzt nicht gerade die ohren kaputt ich habe ein neues mikro das alte mikro war so was von schlecht einfach nur schlecht dass ich heute gesagt habe jetzt reicht's mir jetzt hole ich mir ein anderes ein besseres ich hoffe dass es besser ist ich hoffe dass mich besser besser hört also ich kann jetzt auch flüstern und ihr hört mich ist geil ist nur geil momentan halt der raum noch ein wenig es tut mir sehr leid ich werde gucken dass ich den so voll wie möglich stopfen kann dass dann der hall auch aufhört auch wenn ich dann dabei so spielen kann weil alles hier im bild ist und so wie gesagt neues mikro macht spaß macht laune und wir machen jetzt hier weiter letztes mal bin ich ja nur drauf gegangen ich hoffe dass es diesmal so das ist hier aber auf meinem herz noch ein bisschen leise machen wir mal ein bisschen lauter ja so soll das sein aber nicht zu laut sonst brille ich euch an das mache ich nicht gerne genau 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 so soll das sein so dämonischer vorstoß entdeckt dämonischer bevor er das schild zum einsatz bekommen konnte hier zack ab ins gesicht gut zack hier volle kanöle auf aufge aufgepumpt 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 so war das jetzt alles hier sieht beinahe danach aus da drüben sind wir ja jetzt weiß ich auch wieder wie ich weiß wie das versuchen wir doch mal ob ich das dann auch hinkriege weil ich will den roboter klappe da steht ja das stand ja immer noch das ist unglaublich kettensäge habe ich alles genug ähm wobei wo habe ich denn wo habe ich denn war das da oben das könnte sein das klingt aber so als wären hier noch andere gegner wo habe ich hier gemachte gedruckte knopf war das wo war das wo war das wo habe ich den verfluchten knopf gedrückt nein war nicht da oben aber das war hier also aufgepasst jetzt geht's los knopf drücken und dann sofort warte warten 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 das kommt hier durch das kommt hier durch drei zwei jetzt haben wir zack ja ja ich dachte schon ich fall wieder runter jawohl mein fernseher spring gerade gut danke für das bild so hier bist du kleine schmiedgeding schon ähm warte nehmen wir jetzt hier zielfernrohr gärtling rotator mobile lafette hitzerstoß präzisionsbolzen verlagerungsmodus fernzündung zielerfassung finde ich aber beinahe praktischer wir machen hier mal äh die waffe um die waffe dazu zu verarbeiten blockiert bei überhitzung ha wir hauen das mal rein wir hauen das gib her jetzt wir hauen das mal rein ch latin noch nicht jahve war die richtige entscheidung und jetzt testen wir das schmuckstock auch gleich mal wo ist hier wo ist hier wo kann ich rein geh da wer Oh, 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 zwei Pinkies. Oh, oh, mein Leben. Au, verdammt. Äh, hier. Ah, voll in Pinky reingerannt. Nein, 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 nein. Fuck. Alter, runter hier ist mein Platz. So, oh, was hat jetzt? Wer brauchst du hier? Aua, Aua. Aua. Hier, komm nur her, komm nur her. Komm, komm. So, sieht doch schon besser aus. Pinky ist an mir vorbeigerannt. Das mag ich auch sehr. So, den hätten wir. Hier, du direkt hinterher. Ah, da oben. Ah, was war das denn? Versucht. Aua, nein. Aua, nein. Ha. Ja. Ah, 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 ah. Ähm, was mach ich jetzt? Hier, Paketenwerfer. Oh, hat er mich erwischt. Hat er mich erwischt. Was für eine miese kleine Angebot. Ich hab's nicht ganz gesagt. Ich hab's. Nein, nein, nein. Lass ich mir nicht unterstellen. Ah, verflucht. Höllenbarone. Äh, Barone. Barone. Höllenbarone. Ich mag sie. Und ich mag sie gar nicht. Wenn sie weit weg sind und mich nicht sehen, dann mag ich sie. Und find ich sie nice. Wenn sie aber direkt vor mir spawnen und ich sie sehe, mag ich sie gar nicht. Kann sie ja nicht aufstehen. Ach du, meine Güte. So. Machen wir nochmal. Oh, ganzen Scheiß. Halt die Klappe. Nochmal. Ja, verboten, verboten. Bam. Zack. 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 Jawohl. So, wir direkt in die Kniekirche getreten. Was war das jetzt? Also, ich spare mir das da oben, weil wegen 50 nehme ich es nicht. So. Waren das jetzt alle? Ja, das scheint ganz den Anschein zu machen. Gut. So. Okay, irgendwas ist explodiert. Ja, kiki. Weg da. Weg da. Komm her. Komm her. Grund sie, grund sie. Oh ja. Au. Nein. Haut ab. Ach. Oh. So, jetzt wird es interessant. Au, 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 au. Und dann renne ich in den Pinky rein. Direkt in. Rein in Pinky gerannt. Das war schlecht. Sehr schlecht war das. Sehr schlecht war das. Aber das will man tun. Ja, ich habe euch gehört. Besser spielen. Hahaha. Hahaha. Ah, dass ich nicht lache. Es ist manchmal nicht so einfach. Nach dem Tag heute ist gar nichts mehr einfach. Ach, ich war auf der Suche nach einem neuen Mikrofon, nach einem kleinen Mischpult. Nur ein kleines Mischpult. Ich brauche nicht eins für hier so 1.000, 2.000, 3.000 Franken. Musik. Nein, das braucht man nicht. Ach, mach dich auf die Suche. Ja. Alles für zum nächsten. Und keiner hat was du brauchst. Heute war einfach da. Also ich meine, das 2016 war ja nicht schon das beste Jahr für mich. Aber der Tag heute, der hat noch mal so richtig gezeigt, dass 2016 nicht mein Jahr ist. Was zum? Jetzt muss ich das Ding trotzdem schon nehmen. Hier, bleib mal stehen. Vielleicht kann ich so schon ein bisschen... Ja, so kann ich schon mal ein bisschen Leben wieder reinbauen. Hör auf. Hör auf nicht zu schießen, du Schweinehund. So. Nix im Vergleich zum Leben vorhin, aber es ist schon nagelisch schlecht. So, und der Ding, der es hier direkt kaputt hat. Und jetzt geht es. Der ist runtergefallen. Der eine Pinkie ist runtergefallen. Ich krieg mich nicht mal ein. Und der andere Pinkie ist hinüber. Das ist ja geil. Hier, halt die Klappe. Halt. Zweimal die Klappe. Und beim dritten Mal. Das ist er tot. Jetzt mal schnell zu dir. Halt. Hier, das ist besser. Alter. Aua. Alter, echt jetzt? Sag mal, spielst du? So. Wo bitte ist der Hörnling? Äh, warum? Oh, nein, 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 nein. Tak. Fahne. 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 Ja. Okay. Ja. Zack. Ins Gesicht geklappt. War das alles? War das alles? Bitte war das alles. Ich habe Waffenpunkte erhalten. Cool. So. Ich glaube, das war alles. Habe ich, habe ich denn? Ähm. Ich habe nirgends doch hier. Habe ich ein bisschen zu. Ähm. Was war das? Das war die Gately. Hoppla. Hier. Ja. Ja, mobile Lafette habe ich. Das passt. Jetzt macht mein Fernseher schon wieder Sprenzchen. Ich weiß nicht, was der jetzt in letzter Zeit hat. Ich habe meinen Computer noch einmal zerlegt. Also wirklich zerlegt. Habe jetzt hier, ähm. Wo muss ich eigentlich hin? Hier. Hier hin. Habe jetzt, ähm. Die Grafikkarte an einen anderen Slot gesteckt. Ich glaube, dass... Wah. Ich glaube, das verhält sich jetzt so einigermaßen besser. Also ich kann jetzt Sachen hier, ähm, flüssiger. Scheiße. Flüssiger aufnehmen. Komm. Ja, aber doch nicht so. Ähm. Flüssiger aufnehmen und kann auch... Oha. Wie ein Meister ausgerichtet. Oh, ich sag's. Ja. Ins Gefäß, ins Gefäß, halt die Klappe, ins Schnauze. Ich sitze ja gleich weiter. Ich muss nur mal schnell hier dem mal eine klatschen, dass er Ruhe gibt. Also, geht doch. Ähm. Ja, Computer. Ich kann jetzt schon einigermaßen, ähm... Also einigermaßen. Ich kann jetzt sogar eine Stufe höher von der Grafik her aufnehmen. Was ich vorher nicht konnte. Was ein Indiz dafür war, dass mit der Grafikkarte irgendwas noch nicht stimmt. So, platzmäßig und so. Ich muss hier die Richtung. Dann gehen wir erstmal hier gucken. Ähm. Ja. Na Leute, alles fit. So. Ähm. Hab's jetzt sogar geschafft. Und das hat mich vorhin... Hoppla. Auch erstaunt. Ich rede gleich weiter, klar. Aber dann würden wir hier tierisch auf die Irse gehen. Ja. Jetzt auch. Bisschen Munition holen. Das passt. So. Ähm. Also vorher konnte ich ja meine Facecam zum Beispiel, konnte ich bei 1080p, 60 Frames. Ich hoffe, ich hab's richtig gesagt. Ähm. Konnte ich ja gar nicht, meine Facecam gar nicht zuschalten. Sie kam kurz rein und wurde dann direkt wieder deaktiviert. Ah, da wollte ich vorhin hin. Da wollte ich vorhin hin. Ähm. Ja. Ein Geheimnis gefunden. Cool. Ähm. Ja. Ploppte immer gleich wieder raus. Komischerweise bei der Aufnahme war sie drin. Ähm. Ich erzähl euch gleich weiter. Ich lese hier mal schnell vor. Schalte mit der Kampfschrankflinte alle Ziele aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Deine Gesundheit ist sehr niedrig. Nutze Rüstung, um zu überleben. Anzahl 8. Zeit 1, 10. Wenn du Dämon mit Glorch sei, dann lassen sie Rüstung. Okay. Mal gucken. Ich sag jetzt nicht, ob das schwer oder nicht schwer ist, weil es wird wahrscheinlich wieder verfluchtschwer sein. Ähm. Ja. Seit ich jetzt die Grafikkarte auf einen anderen Slot gesteckt habe, ähm, ist die Facecam da. Auch in der höchsten Auflösung. Es erstaunt mich sehr. Also alles Indize darauf, dass wenn man sein Computer selber zusammenbaut, geht nochmal zum, wenn ihr Laie seid, so wie in meiner Wenigkeit. Ich habe nur gesehen, ach, das könnte da reinpassen, das könnte da reinpassen. Ich hatte Riesenschwein, das mir den Computer nicht direkt um die Ohren gehauen hat. Weil das hat ja alles Geld gekostet und Geld wächst bekanntlich nicht auf Bäumen. So. Jetzt geht's los. Oh. Meine Gesundheit ist nicht nur ein bisschen im Arsch, sondern richtig im Arsch. Die Rüstung. Verflucht. Nein, 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 nein. Ich brauche Rüstung. Ich brauche nur Rüstung. Hat der Rüstung, hat der, der hat keine Rüstung nicht gelassen. Also, du scheinst mir der schwierigste Hecht im Teich zu sein. Oh, okay. Oh, 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 oh. Das, ja, hat ein bisschen gezwickt. Oh, nur ein bisschen gezwickt. Ähm, ja. Wie findet ihr eigentlich die Greenscreen-Aufnahme? Findet ihr das cool oder denkt ihr, Alter, ich will sehen, was bei dem Hintergrund steht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Werde ich dann mal gucken, wie es ausschaut. Und je nachdem. Reagieren. Agieren oder reagieren. So, hier. Zack, 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 zack. Boah. Der war knapp. Au, 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 au. Na? So, Rüstung ist voll. Das sollte erstmal fünf Momente hinhalten. Sag mal, wie viel hält dieser Typ aus hier? Ach, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, ich bin so richtig. Ich bin zu... Oh, Pinky kam um die Ecke. Hai, 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 hai. Ist ganz schön schwierig. Ganz schön schwierig. Mit Betonung auf schön. Aber die macht Spaß. Finde ich cool. Sie ist zwar, in meinen Augen, sauschwer, aber finde ich cool. So, die zwei sind ja kinderkacke. Oh, 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 oh. Jetzt fährt's aber auf hier. So, jetzt muss ich den aber reingeben. Was? Das Zeug hat er nicht. Dass nachher noch ein Pinky kommen will. Oh, da ist er schon. Ai, 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 ai. Was denn das für eine Kacke. Weiß die Kacke aber richtig am Dampfen hier. Oh, Dampf, Dampf. Ich muss auch die Zeit immer wieder ein bisschen im Auge behalten. Nicht, dass ich hier wieder maßlos überziehe. Das würde mir dann nicht so gefallen. So. Und wer bitteschön ist jetzt da Rüstung? Da kam keine Rüstung. So, den habe ich nicht gespürt. Oh, den habe ich gespürt. Oh, den habe ich sehr gut. So. Aua. Ich dachte, Glauike ist neben Rüstung. Nein. Kommt der kleine Kacke auf und ums Eckenrand. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Kommt der kleine Kacke auf und direkt ums Eck. Maul offen. Herr Doktor, ich glaube, ich habe da was am Zaun. Gucken Sie mal nach. Au. Ah ja, die Pinkies. Ich bin froh, haben sie die Pinkies so gut hinbekommen. So gut übernommen. Bin ich froh. Ich bin zwar das erste Mal tierisch erschrocken, als ich den ersten gesehen habe, aber den haben sie cool hingebracht. Das war. Die sind ganz in Ordnung so. Oh, Alter. So. Rüstung ist voll. Die Klappe. So, komm schon. Jetzt aber. Jetzt, wo kommt Pinkie her? Wo kommt Pinkie her? Also, hier vorne ist einer und auch Pinkie kommt vor. Oh, von hier. Komm, komm. Aua. Nein. Hat er mich noch erwischt? Hat er mich noch erwischt? Dann dieses... Reißt er mir doch glatt die Gedärme raus. Der miese, miese kleine Kackhaufen. Es läuft immer wieder super. Es läuft wie am Schnürchen. Wie am seidenen Faden. Mit ganz vielen Unterbrüchen oder Knoten drin. Das ist schrecklich. Es tut mir leid. Das Video ist für ein A. Aber als YouTuber zieht man das natürlich durch. Gibt es hier nichts von wegen... Ich gebe auf. Ihr habt gewonnen. Ich gebe alle auf. Ich gebe alle auf. So. Wo wird das schon? Hallo? Hallo? Ich habe nicht alle Zeit der Welt. Alter, mach das nochmal. Hier. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Oh. Oh. Alter, Zeit ist Geld. Und ich habe zu wenig. Von Beidem. Wo ist Pinky? Wo ist Pinky? Hier ist Pinky. Da. Pinky ist weg. Pinky ist weg. Jetzt noch du. Komm her. Geschafft. Ja. Ah. Geschafft. Gepanzerte Offensive. Wenn du der Morn-McLorkiss ausschaltest, hinterlassen sie Rüstung. Toll. Hätte ich mal vorher lesen sollen. Eieieiei. Jetzt kommt wieder ein Ladebildschirm. Es tut mir leid für ein Ladebildschirm. Ich könnte ihn ja rausschneiden, aber... Ich wüsste nicht warum. In der Zwischenzeit kann ich ja noch ein bisschen erzählen. Ich hoffe, ihr schaltet jetzt nicht alle weg, weil ich sagte, ich erzähle noch was. Oh mein Gott. Aus. Aus. Raus. Raus. Ja. Ja. Ne. Heute war ein Scheißtag. 2016 ist ein Scheißjahr. Das hier will mich mal so richtig, aber ihr versteht. 15 war auch nicht viel besser. Das war in etwa dieselbe Gaga. Und ich meine nicht die Lady Gaga, weil die ist cool. Also, einige Lieder mag ich sehr. Oh, hier. Cool. Hier, was rüsten wir aus? Benebelt und verwirrt. Verlagert die Benommenheit von Dämonen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Was haben wir hier? Gute Ausrüstung. Erhört die Effektivität von Ausrüstungsgegenständen. Sohn und vernichten. Erzähl ein Glorikill aus grosser Entfernung. Was haben wir hier? Wendut Dämonen mit. Aha. Hier, Wendut. Hinterlassen sie Rüstung. Bietet ein deutlich gescheitert Bewegungskontrolle im Flug nach einem Doppelsprung. Töte 30 Dämonen. Es war zu schnell, während du in der Luft bist. Ha, das nehmen wir mal. Das hier ist verbessert. Das ist voll. Ansauger. Wisst ihr was? Das machen wir mal raus. Oder? Sammle 500 Munitionsgegenstände. Für jetzt 25. Tot von Unglorikills aus. Nehmen wir das. Das können wir machen. Das sieht gut aus, soweit. So. Wieder eine... So eine kleine Zwischendings da... Herausforderung gemeistert. So. Oh ja. Es fühlt sich gleich viel, viel besser an. Von hier komme ich. Und dadurch... Also da lang. Nicht da durch, da lang. Gehe ich. Oh. Ne Monorail. Hoffentlich muss ich das nicht alles zu Fuß rennen. Es sieht aber schon geil aus hier draußen. Das muss man mal sagen. Also bei Doom haben sie sich wirklich mal richtig Mühe gegeben. Das gefällt mir sehr. Finde ich sehr nice. Auch beim Spiel an sich. Also ich muss sagen, ich bin ja wirklich sehr überzeugt von Doom. Mittlerweile. Ich war am Anfang... War ich schon ein bisschen... Hoppla. Skeptisch. Ob das dann auch wirklich... Wie erhofft rauskommt. Aber bisher... Sieht das sehr schön aus. So. Klatsch. Klatsch. Gute Nacht. Danke schön. Jetzt kannst du aber damit aufhören. So. Noch ein bisschen Rüstung. Jetzt muss ich das hier schon wieder... Aber echt schon wieder. Hier. Notfallspannung. Komm hier. Jawohl. Hier komme ich. Drauf. Ja, aber anscheinend nicht. Das wollen wir gleich nochmal. Wenn ich dann irgendwann mal hier drauf... Ah, ich vergaß. Ich kann ja jetzt besser steuern. So. Nein, Alphawand. Hier gibt's nichts zu holen. Hier. Nein. Komm ich auch nicht hoch. Dann hauen wir das Ding mal weg hier. Ist euch aufgefallen, dass... Dieses Herz genau gleich aussieht, wie das Herz der... ...Mankuben oder des... ...Mankbrudus. So. Oh, das hat schon gerecht. So, jetzt treff' ich dich aber auch? Nein. Doch, jetzt. Hier, klar, ich helfe von oben. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Komm, komm. Ja, das war nix. Das war nix. Das war nix. Oh, verflucht. Oh, verflucht. Ausgehör. Zack. 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 Das hat er gespürt. Das hat er ganz klar gespürt. Das hat er ganz klar gespürt. Und Glorikale von oben. Aufs Kappchen. Oh. Versucht, ein Glorikale zu machen, damit ihr das auch gleich seht, was ich vorhin gemeint habe. Ja, ja, ja. Komm. Hier, seht ihr's? Seht ihr's? Sieht genau auf euch aus. So. Waffenpunkt erhalten. Dankeschön. So. Sieht doch sehr schnicker aus. Ah, hier sieht's weniger schnicker aus. Hier sollte mal jemand putzen. Oder ich putz die Sauerei bestimmt nicht weg. Ich hinterlasse eine Sauerei, aber ich putz dat nicht weg. Zugabe verwaltet. Gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Zugabe verwaltet. Gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Okay. Ist ja in Ordnung. Lass mich in Ruhe. Okay. Okay. Ich guck mal noch schnell auf die Karte. So. Über mir. Draußen über mir. Draußen über mir. Das gehen wir jetzt noch schnell mal gucken. Bin ich jetzt hier? Nein, jetzt bin ich zu weit. Hier sollte aber auch noch was liegen. Ah. Keine Ahnung. Wo das lag. Wo das lag. Ich hab's auf jeden Fall aufgenommen. Hä? Bah. Hier. Mach mal auf. Dankeschön. So tief wollte ich bei dem jetzt nicht ins Maul schauen. Ein Geschenk. Gaul. Schau mal. Maul. Du kannst kein Team schicken, um es zu holen. Ich bin der Chef dieses Unternehmens. All deine Arbeit und Entdeckungen gehören mir. Es war schon mein, bevor du es gefunden hast. Zugang gestafft. Okay. Hier scheint es weit runter zu gehen. Ah. Ah. Sieh mal an. Ah. Da. Hier. Hier. Ja. Hätte ich nicht noch mal rumgeguckt. Geheimnis gefunden. Ah. Du bist aber süß. Dann diese kleine süße Musik immer. Das. Hammer. Hüllenbaron-Modell. Patriotentyp. Naja. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. War wieder mal eine Hammerrunde. Ähm. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir gerne schreiben, wie ihr das neue Mikrofon findet. Ob ich die Einstellung so richtig gemacht habe oder nicht. Ich bin für alles offen. Außer für Hater-Kommentare, die könnt ihr euch gerne sparen. Also ich weiß, dass ihr das nicht macht. Aber falls ein Hater mein Video guckt. Geht woanders haten. Ja. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.